So ihr Lieben, letzte Woche habe ich mich noch lustig gemacht, dass so viel Andrang ist, aber heute ist tatsächlich viel Andrang. Ich würde sagen, es regnet, wir machen hier die Schotten dicht, das war die 87. Mahnwache. Wir haben einen sehr kurzen Monat, den Februar, aber der hat tatsächlich 5 Montage in sich, obwohl er so kurz ist. Und es fängt immer stärker an zu regnen, ich moderiere jetzt ab. Das ist die Abmoderation, auf Wiedersehen, wir sehen uns nächsten Montag, immer 18.30 Uhr, hier am Jungfernstieg. Applaus, danke schön. Stehende Ovationen auf dem Jungfernstieg. Hurra, wir haben es geschafft.